Hallo zusammen! What the f- Wir wissen, dass ihr hierher gekommen seid, um eine Auswahl an unglaublichen Videos zu genießen. Also lasst uns nicht länger zögern. Der Powerlifting-Frosch, die mysteriöse Kreatur unter der Decke und eine ganze Kiste dieser Babys warten bereits auf euch. Lasst uns loslegen! Wer hätte gedacht, dass schnelles Reiten und falsche Wimpern nicht gut zusammenpassen? Wenn sie nur ein bisschen länger gewesen wären, könnte das Mädchen wahrscheinlich abheben. Wenn ihr das unerwarteteste Ende eines Tennisspiels in der Geschichte noch nicht gesehen habt, hier ist es. Der brave Junge wurde zum Sieger erklärt. Also, geht's los? Ihr könnt mit Sicherheit sagen, dass ihr den Sprung auch zusammen mit diesem Typen gemacht habt. Die Aufnahmen wirken so echt, dass es euch den Atem raubt. Wusstet ihr, dass Delfine auch surfen können? Manchmal können sie sogar besser als Menschen. Das ist nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass ihr schlanker Körper es ihnen ermöglicht, leicht auf der Welle zu gleiten. Schaut ihr nur diesen Trick dieses Paares an. Über die Misserfolge anderer Leute zu lachen, ist natürlich nicht sehr nett. Aber alles, was dieser Typ tut, ist so lächerlich, dass man einfach nicht widerstehen kann. Schaut euch diese süßen Jungs an. Die ganze Banne hat beschlossen, einen neuen Freund zu finden. Aber am Ende haben sie gelernt, dass Erwachsene manchmal nicht sehr freundlich sind. Während man versucht herauszufinden, was hier vor sich geht, schaffen es diese Jungs, den Tank des Rennwagens zu füllen. Der übliche Boxenstopp beim Nesca. Man schnappt sich einen riesigen 45 Liter Tank, leert ihn in ein paar Sekunden und schnappt sich gleich den zweiten. Für die Jungs aus El Salvador verwandelt sich eine der örtlichen Straßen in einen rauen, aber kostenlosen Wasserpark. Hand aufs Herz, würdet ihr euch auf diese Fahrt einlassen? Manchmal kann auch etwas Erschreckenderes als ein Hai zu den Urlaubern an den Strand schwimmen. Stellt euch vor, ihr chillt am Strand und plötzlich verwandelt sich euer Urlaub in eine Episode aus War Thunder. Dieses russische Zuber-Militärschiff ist das größte Hovercraft der Welt. Seht nur, wie winzig Menschen daneben aussehen. Wenn eine große Wespe ins Auto geflogen ist und ein sensibler Freund auf dem Beifahrersitz ist. Nun, der arme Kerl scheint einfach nur Angst vor Kamelen zu haben. Er wird sich sicher noch lange an diese Safari erinnern. Es gibt keine Zeit sich zu verstecken. Das Monster unter der Decke existiert und ist bereits hinter dir her. Seht her, das Ungeheuer. Wie soll man sonst eine Katze nennen, die die Decke zerstört hat, nur weil sie in Spiellaune war? Der Typ, der dieses Video gefilmt hat, kam in sein Landhaus nur, um festzustellen, dass es ihm nicht mehr gehört. Nein, im Ernst. Selbst wenn du diesen Schrank nach draußen bringst, um ihn abzubrennen, musst du das ganze Haus desinfizieren lassen. Das seltsame ist, dass sich diese Insekten einen alten Haufen Baumaterialien für ihr Nest ausgesucht haben. Offenbar handelt es sich um ein Regiment von Arbeitsameisen. Die Seidenraupe wird in großen Mengen in speziellen Fabriken gezüchtet. Aber wusstet ihr, dass ihr diese Mutter auch zu Hause züchten könnt? Seht hier, wie sie aus einem Kokon schlüpft. Das sieht schön und gruselig zugleich aus. Psst, lasst uns keinen Lärm machen. Diese Eidechsen haben eine romantische Verabredung an der Küste und wir möchten ein solches Ereignis nicht verderben. Leute, kommt schon, wir haben höflich gefragt. Nun, jetzt habt ihr einen schönen Abend ruiniert. Dieser Kerl dachte, er würde Holz hacken, aber am Ende sieht es so aus, als hätte er die örtlichen Wasserleitungen beschädigt. Aber im Ernst, viele Baumarten in südlichen Ländern können Wasser für den Fall einer Dürre speichern, aber dieser Baum hat es eindeutig zu weit getrieben. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob diese Aufnahmen aus einer Comedy-Serie stammen. Aber den Jungs ist nicht zum Lachen zumute, sie müssen sich am Essen festhalten, um nicht zu fallen. Eine solche Zirkusvorstellung kann man in der Schiffskantine bei jedem Sturm sehen. Und wenn man essen will, muss man ein erstklassiger Kellner werden. Habt ihr schon mal gesehen, wie aus Luftballons verschiedene Formen gemacht werden? Hier ist die Herangehensweise ziemlich ähnlich, aber das Ergebnis ist viel beeindruckender. Man muss schon zugeben, dass sie auf den ersten Blick genau wie echte Heuschrecken aussehen. Wir möchten, dass die folgenden Aufnahmen in einem Horrorfilm erscheinen. Nun, der Typ, der das Video gefilmt hat, schrieb, seine Persönlichkeit ist allerdings großartig. Lassen wir die LKW-Experten entscheiden, ob mit diesem hier alles in Ordnung ist. Aber nehmen wir einmal an, dass dies eine Art ist, sich nach einem Arbeitstag zu entspannen. Nun, es würde nicht schaden, wenn der Zahnarzt sich die oberste Reihe ansehen würde. Aber im Allgemeinen sind die Zähne recht gut. Besonders für Fische. Was ihr seht, ist ein Schafskopf, der mit seinem Kiefer mühelos Krebse und Schalentiere zerkleinern kann. Wollt ihr das Gefühl haben, dass etwas auf euch krabbelt? Nun, dieses Gefühl können wir beruhigt zurücknehmen. Das sind keine Insekten, sondern harmlose Sandkrabben, die nicht einmal Scheren haben. Wir wollen einfach nur sagen, dieser Mustang ist so stark. Und das ist er wirklich, aber es geht nicht um das Feuer. Mit einem speziellen Gerät lassen sich diese Effekte bei fast jedem Auto erzielen. Es handelt sich dabei also nicht um einen Leistungsnachweis. Aber man kann das Publikum beeindrucken. Naja, oder das Gas in Brand setzen. Wenn man weiß, wie man mit einem Hula-Hoop-Reifen umgeht, kann man ihn in eine unglaublich schöne Show verwandeln. Füge einfach LED-Lichter hinzu, führe einen Tanz im Dunkeln auf, filme ihn mit der Kamera und sieh dir das Ergebnis an. Ein Burger ist ein Burger und nur wenige Menschen werden ihn ablehnen. Schon gar nicht ein Vielfraß wie eine Möwe. Sie verschlingt ihn einfach. Wenn sie ein bisschen hungriger wäre, könnte sie dich wahrscheinlich auch verputzen. 27. Wir haben eine unerwartete Frage an dich. Ist es ein Hund oder eine Schlange? Ja, nicht mehr so klar, oder? Generell scheint Fußschnüffeln bei vielen Tieren seltsame Reaktionen auszulösen. Dieser Typ hat gehört, dass in der Natur nur die Stärksten überleben. Nun, er hat diesen Satz auf seine eigene Weise verstanden. Übrigens trainiert er mit mehr Verstand als viele andere Typen im Fitnessstudio. Er schreit nicht wie ein Verrückter und lässt keine Handeln fallen oder ähnliches. Hey Leute, Schluss mit Faulenzen. Es ist Zeit, das Hirn aufzuladen. Willkommen bei Braintime. Unglaubliche Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart und sogar der Zukunft. Wissenswertes über Natur und Tierwelt. Schockierende Fakten und ungelöste Geheimnisse. All dies und doch vieles mehr erwartet euch auf unserem Kanal. Abonniert uns, ihr werdet es nicht bereuen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.